So, ich zeige euch heute den Lichterumbau von einem 2015er Challenger. Den Blinker haben wir ins Rücklicht mit integriert, natürlich orange, jeweils die Hälfte vom Rücklicht. Das Standlicht ist original geblieben, etwas abgedunkelt, damit das Bremslicht dann zur Geltung kommt. Das Bremslicht ist auf den äußeren Ring gewandert, die Nebenschlussleuchte ist mit im Fahrzeug in die Rücklichte integriert, wie man jetzt alles erkennt, ist dann der Rückwärtsgang original geblieben. Das Bremslicht ist auf der Rücklichte integriert. Das Bremslicht ist auf der Rücklichte integriert. Das Bremslicht ist auf der Rücklichte integriert. Das Bremslicht ist auf der Rücklichte integriert, die Nebenschlussleuchte ist mit dem